Also nicht hier. Hier ist ja der Riss. Ach komm. Das packen wir. Höhle des alten Simeon. Oh, warte mal. Ah nee, das war Pause-Menü. Immunität, Feuer, Barriere. Näh, näh, näh. Anfällig, Kälteschaden. War ja klar. Okay. Dann macht eben euren Standardangriff. Ich könnte eigentlich, oder? Solus? Sag mal, was ist mit deiner Magie los? Riesige Umarmung. Ne, okay. Mach, was du willst, Tolis. Äh, danke. Greif mit mir den an, bitte. Uhar! Lol. Lol. Ich muss diese Barriere hier brechen. Sein Schutz. So, jetzt. Er ist immun gegen was? Gegen Eis wahrscheinlich. Ich werde diesen Riss schließen. Okay. Oh. Ey. Nee. Das sehe ich nicht ein. Aber der ist, glaube ich, hier gegen, also der ist gegen Feuer bedingst. Ähm, ich bin abgekühlt. Nein. Nein, lass mich, nein, lass mich in Ruhe. Nein. Ey. Oha. Oha. Das wird schwierig. Vor allem mein Feuerstab macht ja eigentlich... Ach, ich kann nichts gegen den machen. Die sind ja immun. Ey. Jetzt reicht's. Solange der mich nicht angreift. Ich versuch das jetzt einfach mal. Ich versuch das jetzt. Ich versuch das jetzt. Betäubt sie. Ey. Oha. Hab ich die jetzt betäubt? Keine Ahnung. Okay. Nee. Anscheinend... Rafe ich nicht. Hatsch die jetzt betäubt oder nicht? Was ist denn hier? Ein Tiefenpilz. Ich find dieses Türkis geil. Muss ich mal so sagen. Die Farbe Türkis ist mega geil. Wobei meine Waffe jetzt nicht so geil aussieht, aber... Bei einer Leiche gefundene Prie. Wenn ihr dies findet, hat die Blutung nicht aufgehört. Meine Familie lebte auf den Hüften von Radcliffe. Der Erbauer segne euch. Wenn ihr meine letzten Worte zu ihm bringen könntet. Ich bin nicht fortgelaufen. Habe sie nicht im Stich gelassen. Ich dachte, ich könnte helfen. Ich dummer nah. Und jetzt hängen mir die Gedärme raus. Ein Brief in zitternder Handschrift. Zusammen mit einer simplen Karte. Der Hüfte von Radcliffe. Mir ist aber keine Ahnung. Doch, da ist ein Skelett. Mit einem Bogen. Armer Mensch. Es tut mir echt leid für dich. War wohl nicht einfach. Vor allem mit so einem schrecklichen Riss hier. Eieiei. Das ist nicht gut. Ackerlandhöhle. Ackerlandhöhle? Wir sind aber die Haftwälder. Was? Ein Mabari. Der nicht gegen mich kämpfen will. Mabari? Okay. Mach dein Ding. Kein Problem. Ist ja nicht so. Das ist... Nee. Okay. Er mag nicht. Das mag ich auch nicht. Irgendwo... Hier... war eine Höhle. Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern. Aber bevor ich jetzt hier... weiterlaufe... und irgendwelchen sinnloses Zeug mache... Wir haben die Region nach Ressourcen abgesucht. Befehle des Kommandanten. Oh. Befehle des Kommandanten. Aber ich habe hier einige Vorräte, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Da schwillt mein Herz. Der Kommandant ist so cool. So. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Da. So. Blumen ablegen. Ja. Text an Senna schreien. Geliebte Senna, möge deine Aschen von Falondin gesammelt und sicher getragen werden. Nach den langen Jahren, in denen du mich getragen hast. So. Also so sieht ein Elfengrab aus. Ähm, okay. Das war eine Statue wahrscheinlich. Vielleicht schon mit so einem Elfengott. Warte. Templerlager. Wo ist denn dieses Ackerland-Scheißendreck? Hier ist eine Höhle. Hier sind zwei Höhlen. Hier sind zwei Höhlen. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und dann gehen wir jetzt hier hoch. Und dann gehen wir jetzt hier hoch. Bitte? Selber bitte. Was ihr gesagt habt und was ich gerade gemacht habe, ist dasselbe in grün. Ich hatte gehofft. Nun, mitunter kann unser Volk den Rhythmus der Sprache spüren, obwohl es die Worte nicht kennt. Aha. Wisst ihr, was noch gut ist? Dass Worte was bedeuten. Wie diese. Worte. Finedice Lassa. Aber ich würde mich bitte mal interessieren. Oh, was geht denn hier ab? Was Solis gesagt hat zu ihr. Es würde mich echt mal interessieren. Ich kann ja keinen Elfisch. Selbst wenn man das mit Untertitel hier machen würde, kommt auch nur das Elfische. Ja, ja, die coolen Elfen, die coolen Socken. Vielleicht machst du nächstes Mal einfach eine Elfin. Aber ich hatte Lust, ein Männchen zu sein, obwohl... Ich benutze eigentlich immer nur die zwei Tasten. Solis. Ich mach ihn fertig. Machst du ihn? Ah, ja. Okay. Ey, da lebt noch jemand. Den habt ihr über... Oh, oh. Die kämpfen, ich loote. Ich wollte meine Barriere, ähm, ein bisschen zu spät, aber... Ich hab meine Barriere ein bisschen zu spät eingesetzt, aber sie kam. Ähm. Wo auf der Karte? Ist hier die Höhle? Ich will hier nicht. Na, ich geh jetzt einfach so lang hier. Ja. Da lang. Übrigens, Solis hat die graue Wäschterrüstung an. Die sieht cool aus. Wobei er kein grauer Wäschter ist, ne? Eigentlich müsste Blackwall das anziehen. Blackwall ist der grauer Wäschter. Aber irgendwie schon scheiß Leben als grauer Wäschter, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Weil... Man muss ja den... Wenn man den Erzdämon erschlägt... Derjenige, der den Erzdämon erschlägt, wird sterben. Ja. Oder man wird irgendwann eh sterben, weil man in die tiefen Wege geht und dann... Da noch ein bisschen dunkle Brut kloppt. Miau. Was hab ich hier eigentlich gemacht? Ach, die Elite der Hinterlande hab ich abgeschlossen. Okay. Ich geh mal gucken, ob das die Höhle ist. Oh, ich krieg gleich ein Machtpunkt. Könnte sein. Was ich jetzt nicht glaube. Die Tür können wir hier auch nicht öffnen, hier. Wo das Schloss ist. Wir haben noch nicht dieses geschickte Hände oder geschickte Handwerk, wie das heißt. Wir sind noch zu blöd dafür. Ich hab meine Machtpunkte woanders ausgegeben. Erstmal mit diesem Adelswissen war es, glaube ich. Dann Dunkel... Äh... Äh, 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 ähm... Geschichtswissen und so weiter. Ach, komm. So hoch, so hoch. Dann so lang. Ne, ich glaub, das ist auch nicht hier. Ne. Ich glaub, das war's nicht. Egal, wir gucken einfach. Kann ja nicht schaden. Oh, Blutlotus. Ähm... Blutlotus. Ach, komm. Ihr Widder müsst sterben. Ich brauche... Äh... Äh... Ja. So. Ich brauche Materialien. Hab ich hier... Ah. Kämpft ruhig. Hm. Ach, da ist die Hülle. Mal gucken. Bin mir aber nicht sicher. Ob das jetzt zu den Ackerlandhüllen zählt. Aber könnte sein, weil unten ja so ein Haus ist. Und dann macht das... Ja. Es ist hier. Nice. So sieht's dann aus. Nice. Amulette-Aggression. Amulette-Aggression. Ja, dann haben wir's gefunden. Ich dachte aber am Anfang wirklich, wenn in der Höhle unten da wo der Riss wär. Egal. Wir haben's. So. Und jetzt... Das kann ich noch nicht machen hier. Ich hab... Hier hatte ich eigentlich keine Lust zu reiten. Aber eigentlich können wir das ja machen. Ach, ähm... Wenn ich nicht so gut der große Reit-Fan bin. Nicht wirklich. Ähm, so. Ich mach hier auch alles zu Fuß. Oder ab und zu reisen. Was ich jetzt eigentlich machen könnte. Vielleicht mach ich das. Ich reise dann nach Red Cliff. Ähm... So. Ähm... Ah! Ah! Oh! Ups. Eigentlich wollte ich nur runtergucken. Ich wollte nur mal gucken, ob ich da runterkomme. Aber... Das hat sich ja jetzt geklärt, ne? So, dann reiten wir mal. Auf'm'n Pferd. Ähm... Wo denn? Ach, da hinten. Was passiert eigentlich? Ach, dieser Lord Woosley war in Red Cliff. Ja, ja. Ich wollte... Ah, aber da. Ah. Da ich nicht kämpfe, könnte ich ja eigentlich... Schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Wollen wir mal. Black Wolf. Sarah. Wie sieht denn bei ihr die Rüstung aus? Na? Charakter? Das ist rot und jetzt ist blau. Aber Verteidigung in Magie ist schon mal ganz gut. Aber eigentlich wollte ich meine Rüstung kurz. Ne. Hahaha. Ich sehe doch schön aus, oder? Ne. Okay. Hm. So, dann reiten wir mal. Ist das mein Pferd? Ja, ja. Warte mal, mein Sattel, mein Pferd war das hier, ne? Hallo, Pferd. Mein pferdliches Pferd. Oh. Okay. Mhm. Ich glaube hier lang. Überall, wo es blau leuchtet. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ob wir pünktlich ankommen. Mal gucken. Ah, hier. Hä? War da nicht mal eine Zeit? Eigentlich war da mal eine Zeit. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Weißt du, da rennt man hier mit Zeit. Und... Und... Keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Egal. Ich bin auf jeden Fall gleich an meinem Ziel. So. Mein Pferd. Ja. So. Ah. Schon riesig. Ja. Ja. Gut gemacht. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Ja. Komm her. Komm her. Ist die Quest jetzt endlich fertig? Okay. Ich mache dieses Rennen noch. und dann schaue ich, ob es fertig ist. Komisch, ich dachte... Also das erste Rennen, wo ich hatte, war mit Zeit. Und du hast dann... Also ich habe dann verkeckt gehabt. Pferd, renn, renn! Auch wenn es nicht mit Zeit ist, renn! Rennst du? Ist das Rennpferd? Mein Pferd Plötze. Ha! Ha! Oder so. So. Ach, was ich fragen wollte, ob ich die da töten kann. Ey. Oh. Ich bin jetzt hier hoch. Okay. Ich dachte schon, der Weg ist viel zu einfach. Viel zu einfach, ja. Aber so ist es doch eigentlich keine große Herausforderung, wenn keine Zeit hier angegeben ist. Und so kann ich doch einfach fehlschlagen. Egal. Ähm. Lauf ich hier jetzt richtig? Hallo? Ah, doch. Komm schon! Äh, wo? Was mache ich da alles? So. Jetzt dürfte ich eigentlich... Ja. Jetzt dürfte ich fertig sein. Ich hoffe es. So. Okay. Okay. Na geil. Das andere Pferd ist auch hochgegangen. Okay. Bin ich jetzt fertig? Ja. Ist das denn zu fassen? Ihr habt jede einzelne meiner Strecken gemeißelt? Ihr wisst wirklich, wie man reitet. Ja. Danke. Tschüss Pferd. Habe ich dieses jetzt beendet? Oh, krass. Ich dachte, das wäre unendlich. Oh. Deswegen habe ich es nie gemocht, weil immer irgendwie... ...was war. Und es hat mich so genervt. So. Dann gehen wir jetzt den Riss noch schließen. Ja. Wie oft willst du denn noch sagen, dass wir das abgeschlossen haben? Warum? Welchen Ort sollen sie sonst nehmen? Es gibt schon jahrelang Krieg zwischen diesen Magiern und Templern. Jahrelang. Seit dem ersten Teil bin ich... Naja. Ja, seit dem ersten Teil halt. Es gibt immer wieder Krieg. Stress. Im ersten war es jetzt nicht so krass. Aber der zweite war es auf jeden Fall. Mit den ganzen Abscheulichkeiten und Blutmagiern. Und dann noch die Kunari. Ah, Alter. Wie weit muss ich denn hochkommen, damit ich... Ah, jetzt. Äh. Okay. Komm schon. Nein. Wer hat mich angegriffen? Du, Monster. Du stirbst jetzt. Und du kannst nicht dagegen tun. Äh. Egal. Egal. Darf ich? Ja. Na, 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 na. Los. Ich weiß zwar nicht, wo wer noch lebt. Ach, da hinten. So ein Dämon der Verzweiflung. Er sucht verzweifelt nach seiner großen Liebe. Oder nach einem Stück Kuchen. Das wäre eine Möglichkeit. So. Nächster ist geschlossen. Läuft eigentlich bei mir. Läuft. So. So. Jetzt nehme ich mal an, habe ich hier alles in der Nähe erledigt. Ah, hier ist noch ein Riss. Hm. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Echt nicht? Ach, ich hätte jetzt gedacht. Warum gibt es denn nichts zu berichten? Ich möchte Berichte sehen. Sonst seid ihr gekündigt. Die Inquisition möchte Berichte. Berichte erstattet bekommen. Ah, über all diese Raben. Ich hasse Raben. Ich war einmal mit meinem Hund draußen. Also ich gehe immer raus mit dem Hund. Aber ich war einmal draußen. Und da gab es eine Zeit, wo ganz viele Raben in dem Park waren. Und die sind mir wirklich bis zum Parkausgang gefolgt. Ich hatte richtig Angst von diesen Raben. Ich dachte, die wollen mir irgendwas antun. Die wollen mir die Augen auspicken oder so. Keine Ahnung. Es war richtig mysteriös. Creepy war das. Weil der, man muss dazu sagen, der Hund hat die vorher angebellt. Vielleicht habe ich mir auch noch eingebellt, dass die mir nachgeflogen sind. Vom Baum zu Baum sind die geflogen. Und haben so komisch geguckt mit ihren komischen Augen, ey. Scheiß Raben. Was habt ihr für ein Level? Ah. Wir sind gleich. Wir sind so gleich, wie es nur gleich sein kann. Warte, Solis, ich komme zu dir. Ich brenne. Warte, ich muss Barriere. So. Geil, Solis. Jetzt aber. Machen wir es synchron. Warte, 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 warte. Ah, synchron. Und jetzt. Ah, doch nicht. Nein. Das wird nie synchron sein. Ich muss den richtigen Moment abpassen. So. Nein, 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 nein. Komm mir nicht zu nah. Ey. Okay, ich gehe hier hin. Ich werde euch betäuben. Na? Okay, dann machen wir... Äh, was? Sarah finde ich auch cool. So. Etzala, habe ich alle Risse geschlossen. Was ist eine Geburt mit den Karten hier? Was ist eine Geburt? So. Dann. Gehen wir jetzt nach... Also wir sind ja schon in Redcliffe. Geben die ganzen Quests ab. Und dann gehen wir zu den Sturmbullen. Guten Tag. Guten Tag. Morg. Doch, ich habe euren Wunsch erfüllt. Ich bin so lieb. Ich habe Sennas Schrein gesäubert und die Blumen dort abgelegt. Möge Falon Dien sich ihre Asche annehmen und sie sicher geleiten. Nach all den langen Jahren, in denen sie mich geleitet hat. Ich danke euch. Ihr seid zugütig zu einem törichten alten Mann. Habt Dank, werte Freundin. Möge eure Inquisition dem Land ebenso viel Gutes tun, wie ihr für mich getan habt. Ich werde immer Gutes tun. Ich helfe jedem. Magier, Templer, Elfen. Bettlern. Allen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich dachte, das hier sei die Hochburg des Aufstandes. Warum wollt ihr die Zirkel zurück? Ja, freu ich mich auch. Ich bin eine treue Anhängerin an Drastis. Und ich verurteilte das Chaos, das dieser Krieg verursacht hat. Habt ihr den gerade gesehen, wie der durchgeruscht ist? Die Heiligkeit wurde ermordet. Ich kann mit dieser Schuld kaum leben. Und deshalb seid ihr dann hier? Und was macht ihr dann in Red Cliff? Die Zirkel haben abgestimmt und sich für den Aufstand entschieden. Was hätte ich denn tun sollen? Ganz allein eine Gegenrevolution ausrufen? Ich bin der Führung meiner ersten Verzauberin gefolgt. So wie ich es immer getan habe. Und sie brachte uns hier her. Hören wir bei Twinter. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr dieses Bündnis mit den Twinteranern nicht unbedingt gut heißt? Bei Andrastes Asche. Natürlich nicht. Sie beten nicht einmal den richtigen Gesang. Und sie opfern Kinder. Wie schlimm. Mir ist unbegreiflich, wie die Großverzauberin ihr Angebot annehmen konnte. Ihr könnt diese Abmachung doch rückgängig machen, nicht wahr? Bevor wir alle wie Vieh ins Reich verfrachtet werden. Wo sind sie? Ich habe im Dorf niemanden aus der Winter gesehen. Sie sind alle im Schloss. Und ich bin mir sicher, sie hätten irgendetwas aus. Wer seid ihr? Es tut mir leid, aber wie war euer Name doch gleich? Henley Dervain aus dem Zirkel der Magie in Kambalek. Ich habe von eurem wundersamen Überleben im Tempel der Heiligen Asche gehört. Und fühle mich überaus geehrt, euch kennenzulernen. Okay. Ich muss gehen. Genug der teventeranischen Geschichten hier. Mir auch. Au revoir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.